Osti wacht sich an die nächste Olympische Disziplin und das ist, glaube ich, kann man auch ganz einfach erkennen heute. Osti steigt ins Kano und zwar ins Kajan. Und das an der Saale friedlichen Abschnitt. Das mit dem geradeaus fahren, ich weiß nicht, ob ich das heute lerne, aber es geht ja auch im Slalom. Bloß fahre ich immer da Slalom. Wie heißen die Teile? Oh, scheiße. Komm her, komm her, komm her. Ich war gut. Was soll ich anderes sagen? Ich bin nicht untergegangen. Ich habe auch keine Kano-Rolle gemacht. Ein bisschen was ist, ist man, glaube ich, automatisch. Vielleicht kann ich die Frage ja weitergeben. Bernd, der mir jetzt alles in der Kürze der Zeit auch beigebracht hat. Wie nah bin ich dran an der Olympischen Medaille? Also bedarf schon noch einiger Trainingseinheiten, damit das Olympia verdächtig wird. Aber macht ja nichts draus. Von uns hat es auch keiner geschafft, zu Olympia zu fahren. Es ist eine wahnsinnig enge Entscheidung.